Der Skepsis, man hört immer so viel von Dingen, die helfen sollen. Wir versuchen viel. Wir kannten auch viele, die helfen sollten, was sie nicht getan haben. Und wir versuchen alles, weil es ist pflanzlich, man schadet dem Tier jetzt nichts. Und wir sind aber belehrt worden, es hilft. Vor allen Dingen in so kurzer Zeit. Das ist eigentlich unvorstellbar, wenn man das jemandem erzählt. Ja, die glauben das eigentlich nicht. Man muss es selber erleben. Also Joschi hatte dann Fellprobleme, viel Durchfall, hat viel Schuppen gehabt und Wilken, er hatte die Spastik halt, Arthrose und Spondylose. Und ist halt kaum noch unterwegs gewesen und nur noch gelegen. Hat sich sozusagen fast aufgeblieben und schwer, den irgendwas zu motivieren. Fast unmöglich. Wilken gar keine Lebensqualität mehr, gar keine Lebensfreude mehr. Und jetzt? Sobald er in Rolli sieht, fängt er an zu jammern, will rein und ab. Ja, was es erst überhaupt nicht wirklich war. Also nach der OP ging es. Bis Januar, Februar, März, so in der Dreh ging es. Dann ging gar nichts mehr, haben alles abgebrochen. Dann wurde alles steif. Ja. Mit Gladiator Plus, drei, vier Wochen später, dann ging das dann los. Erste Fortschritte. Ja. Hat man es gemerkt, man konnte halt wieder knicken. Die Gelenke werden wieder weicher. Ja, was man nie gedacht hat. Nee. Wir haben schon damit abgefunden, dass alles steif bleibt und haben schon Gedanken gemacht, wie man am besten damit zurechtkommt. Man hat nur Zweifel mit Gladiator Plus. Ja. Aber die Zweifel wurden uns genommen. Ja. Ja. Ausdauer, ja. Wir sind, was sind wir gefahren im Rolli? Sagen wir mal einen halben Kilometer. Ja. Dann konnte der Wilke nicht mehr. Er blieb stehen und wollte nicht mehr. Und Giorgi auch nicht. Giorgi auch nicht. Und jetzt, da laufen wir drei, vier Kilometer, ohne dass er so schlapp wird. Ohne, dass wir sie massieren müssen, da hinterher. Ja. Wir sind zu Hause, machen sie aus dem Rolli raus und die rennen weiter über die Wiese und spielen. Ja. Ohne Entschränkung. Ja. Das hat schon viel Wert. Und gehen auch durchs Wasser, über die Steine, über den Acker, überall drüber. Ziehen sich hoch, Kanten mit ihren Rollis. War vorher unmöglich. Und oben die Schwiegereltern, die sehen zwar auch jetzt täglich, aber die kriegen das auch mit, dass Giorgi nicht mehr so zippelig ist, so hippelig. Dass sich alle weiter verändern, ja. Ja, dass sich verändert. Der Weg im Fütter ist. Also das bekommt eigentlich jeder mit, der den Hund kennt. Ja. Auch meine Eltern waren da, die sind auch total begeistert gewesen. Bei uns fällt es jetzt ja nicht so auf. Und die haben auch lange, die haben April das letzte Mal gesehen und jetzt im August waren sie da. Und da war es ja gerade mal drei Wochen, wo wir es gegeben haben. Also das ist schon aufgefallen mit dem Fell. Ja. Und auch, dass er ruhiger wurde, ne? Ja. Dass er nicht mehr, dass sie sich im Wesen verändert haben. Ja. Das ist wirklich aufgefallen. Aber das fällt jedem auf, die ich vorher gekannt habe. Also wir füttern Gladiator plus so circa neun Wochen jetzt. Und die ersten Veränderungen waren nach zwei Wochen beim Yoshi zu sehen. Nach drei Wochen. Die ersten großen Veränderungen. Ja. Zwei Wochen, drei Jahre schon genau und drei Wochen beim Yoshi. Ja. Also gegenüber von anderen Mitteln, Medikamenten ist das eigentlich relativ günstig. Ein Schnäppchen. Weil es, man kommt lange hin. Wir geben es halt jetzt zwar jeden Tag. Aber normale Kur ist ja bloß zwei, dreimal die Woche. Also da kann man nicht meckern über den Preis. Und hämopathische pflanzliche Mittel sind halt ein wenig teurer. Es sieht zwar immer am Anfang teurer aus, aber... Und es braucht seine Zeit, um zu wirken. Aber wir geben lieber sowas als wie jetzt chemisches Zeug. Auf Dauer ist es halt. Ja. Günstig. 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 Ja, es gibt halt Kraft weiterzumachen und wieder solche Tiere zu nehmen. Weil nur den Hunden in die Augen zu schauen und zu sehen, dass sie wieder Lebensmut haben, das gibt ihnen alles. Schmerzfall sind. Es ist mehr wert als wie jedes Geld der Welt. Ja. Für uns jetzt. Ja, die Ordnung ist auf alle Fälle erfüllt worden. Über den Durchschnitt erfüllt sozusagen. Wir wären nämlich so viel zufrieden gewesen. Aber... Mehr als wie wir gedacht hätten. Meinen Hund bewusst versorgt. Alle Informationen gibt's auch im Internet unter www.gladiatorplus.com Das ist das hier. Untertitelung des ZDF, 2020